Warnung, krasse Breath of the Wild-Spoiler. Wir machen den Wassertempel und wer den noch selber machen will, der kann später ja noch mal hierher zurückkommen und sich darüber lustig machen, wie scheiße wir uns anstellen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist das nicht toll? Oh ja, weil ich spiele. Ich darf nur zugucken bzw. kommentieren. Und wir sind bei den Zoras zu Hause. Es ist gemütlich da, es regnet den ganzen Tag. Und da ist ein riesengroßer Elefant im Pool. Dann spreche ich mal den Prinz an, er wird bestimmt wieder cool posen. Und dann geht's ab, weil der ist so abenteuerlustig. Und ich mag ihn. Sidon, du hast einen Fischer auf dem Kopf. Es ist ein Fisch. Nein, es ist ein Zora. Es ist ein Fisch mit Nippeln. Oh, warte, darf ich ihn vertonen? Da bist du ja, Link. Ich bin schon langsam ungeduldig geworden. So klingt doch kein Prinz, Mann. Okay, dann mach weiter. Da bist du ja, Link. Ich bin schon langsam ungeduldig geworden. Weißt du, das ist so, ne? Okay. Oh yeah! Da ist eine coole Pause. Ha! Yeah! Ja, gut gemacht. Aber du hast sie nicht an, du kleiner Drecksack. Stimmt, hab ich nicht. Ja, und das wird er dir wahrscheinlich gleich sagen. Ihr müsst wissen, ich habe diesen Titanen schon gemacht. Ich weiß alles. Und ich kann Rick jetzt schon immer sagen, was er falsch macht. Das ist toll. Ich freu mich drauf. Ja, diese sexy Gewand, das hat Mephis, oder wie sie heißt, hat das extra für dich gemacht. Das ist hauteng und passend. Du hast die Story ja auch gehört, ne? Ja, sie sind nicht verliebt. Das ist aber richtig schlimm. Stell dir mal vor, wenn Link so zusammen wäre mit diesem Fisch und dann würden die hoppen. Dann würden ja, was kommt da raus? Ich weiß nicht, aber irgendjemand wird es zeichnen. Im Internet. Bitte tut das. Oh, ich reite einen Fisch. Oh nein, der, was, der Elefant kann uns bemerken? Natürlich. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Ding, was einfach nur drum denkst. Nein, der ist doch besessen. Ah. Ja. Ah. Ja. Okay. Irgendwie abwehren, das heißt. Ja, du musst die Eisblöcke, die jetzt kommen, abwehren. Und da du ein ganz schlauer Spieler bist, weißt du sofort, was du zu tun hast. Nicht das. Oh, du bist, oh. Junge, du hast doch Fähigkeiten, genau. Ah, so muss das. Ah, ich muss einfach A drücken. Das ist ja easy. Ja, du kannst auch noch eigene. Juhu, juhu, juhu. Und. Rauf. Haha, das war lächerlich. Mann, ich muss auch erst mal auf Elektro-File switchen und. Tjuu. Gute Arbeit, Link. Er sagt gute Arbeit. Aufsitzen. Er ist nett. Ja? Das ist wie doof. Ja, wie ihr hört, es gibt, also wer noch nichts von Legend of Zelda gesehen hat, es gibt jetzt sogar eine Sprachausgabe, also ein paar Leute reden ab und zu mal. Link immer noch nicht, ist immer noch stumm, das ist in manchen Cutscenes sehr merkwürdig. Ich find's aber witzig. Ich find's aber witzig. Es ist witzig. Weißt du, da kann man sich mehr in den Nein versetzen, man denkt, man ist selber Link. Konzentrierst du dich bitte aufs Spiel? Ich hab doch schon... Hast du grad gesehen, wie ich dieses Eisblöcke zerfickt habe? Ja, du hast grad schon wieder so rumgewackelt. Oh, verpasst. Schon wieder verpasst. Du musst nur A drücken. Ja, aber als ich A gedrückt habe, war es gar nicht da und so. Du hast es geschafft. Oh, gleich zwei gleichzeitig. Ging das? Scheint nicht. Ist ja dumm. Na, ist aber auch schon ein bisschen smart. Das ist ja sonst viel zu einfach. Ja, guck mal, das ist cool. Du musst wenigstens was tun, um ins Dungeon zu kommen, ne? Also... Das ist ja schon das halbe Dungeon dann, oder? Im Prinzip. Aber auch nicht wirklich. Und... Juhu! Pling! Ich bin spitze! Oh Gott! Du könntest dieses Spiel auch einfach die ganze Zeit spielen, wenn's dir schlecht geht. Einfach nur, damit du jemanden hasst, der sagt, dass alles in Ordnung ist. Du bist ein toller Mensch. Äh! Wollte kein Eisglock machen! Pass auf! Hinter dir! Hinter dir! Äh! Du musst aufpassen, dass ich auf's fasse. Ah! So! Letzter, wa? Waren es vier Sänger? Hast du jetzt schon alle? Und... Ja, das ist das letzte jetzt. Okidokkili! Sehr gut, Link! Pfff! Pfff! Siehst du, das ist nicht du, der das gut gemacht hat. Pfff! Ich bin Link. Ich bin der Held. Oh, der wird ordentlich abgespritzt. Ja, und dann wird er schlapp. Passt! Es wird auch so Regen. Das heißt, ich kann da wieder rumklettern! Dann kann ich das ganze Gebiet erforschen, Ewigkeiten und nicht weitermachen mit der Story. Seh nur, Link! Router stößt jetzt kein Wasser mehr aus. Router ist aufgetaucht. Du wolltest doch in sein Inneres, oder? Schon mal viel Spaß drinnen. Oh, da öffnet sich ein Tor. Wie praktisch! Die Sonne geht... Link, gute Arbeit! Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh, ja. Oh, wie friedlich das auf einmal ist. Das ist schön. Ich wette, jetzt kommen auch keine Gegner oder krasse Rätsel, die dein Leben schwer machen. Stimmt, ne? Ist ja... So ein easy Dungeon halt, ne? Ja, das ist halt das Einfachste in den Spielen. Einfach nur rumrennen und Loots einsammeln. Hm. Ciao, Sidon. Sieht aus, als würde Sidon immer kleiner werden. Aber in Wirklichkeit wird Link immer größer. Nee, der Elefant ist einfach nur aufgestanden. Kann der auf dem Wasser laufen? Ist das eine Linie? Vielleicht ist der See auch gar nicht so tief. Nein, man. Das ist ein Linier-Robo-Elefant. Okay. Der sammelt seinen Chakra in den Füßen und läuft auf Wasser. Oh, ich habe mehr Samen als du. Du hast nur 13. Wie viele Schreine hast du? Ähm, warte, ich kann kurz in Meinerswitsch nachgucken. Wo ist sie? Ich glaube, von diesen 13 Samen habe ich irgendwie neun Gäste gefunden. Yay, jetzt kann ich mich hierhin teleportieren. Das ist praktisch. Oh, guck mal, ich habe auch genau 24. Du lebst also wirklich noch. Das ist diese Mephis, ne? Oder wie sie heißt? Boah, die ist so weinerlich. So eine weinerliche Stimme. Deswegen hat sie sich auch ein Ding verliebt. Wahrscheinlich. Ich meine, sie ist umgeben von Fischen. Dann kommt da mal so ein richtiger Kerl, der einfach alles verkloppt, was ihm im Weg steht. Äh, klar, ne? Da wird der Fisch noch fischiger feucht. Ja, genau das. Äh. So sieht es mal aus. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Ja, du brauchst die Karte für dieses Dungeon. Das ist wirklich ... Also, das ist nicht so, dass es optional ist. Du brauchst sie wirklich. Das ist sehr interessant. Äh, es ist immer dieses ... Welche Tasten muss man nochmal drücken. Es steht doch links oben, welche Tasten du drücken musst. Also mittlerweile habe ich das mit der Steuerung doch raus. Es ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber ... Es geht ... Uah, du hast wirklich viel Ausdauer, Alter. Sturmattacke! Du hast wirklich viel Ausdauer, Alter. Pass auf! Was war das denn? Ich wollte ausweichen, aber ich muss dein Schild. Du musst ihn erst anvisieren, sonst funktioniert das nicht. Was hast du eigentlich für ein geiles Schwert? Wie viel Angriff hattest? Ich glaube ... Nicht viel. 15? Okay, nee, das geht. Ist okay, aber ist jetzt nichts ... Krasses, ne? Oh, ein böses Auge. Es ist geil, wie dann alles so verschwindet, nachdem man das gemacht hat. Oh, was für ein hartes Rätsel. Weißt du, was lustig ist? Ich hab ... Ich hab sehr lange dafür gebraucht. Aber ich hab auch ... Ein paar Sachen, die genau so simpel waren, ewig gebraucht. Weil ich ... Weil ich bin halt einfach schon weitergegangen und dachte, dieses Tor öffnet sich erst, wenn ich alle Leuchtsteine, äh, alle Kontrollsteine gemacht habe. Weil das ein bisschen komisch erklärt war. Ähm ... Und deswegen bin ich da sofort weitergelaufen, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, scheiße, ich brauche diese Karte, sonst komm ich nicht weiter. Tja, ich bin halt besser in Rätseln lösen, ne? Mhm. Ich bin besser in ... Weiß ich nicht ... allem anderen. Viel mehr gibt's ja nicht im Leben. Oh! Wow! Okay. Du hast nur einen Zugriff auf den Titanten. Bitte! Hör auf, immer alles sofort wegzudrücken. Ich hab A gedrückt. Ja, aber du musst ... Du musst Sachen lesen. Das ist wichtig. Da stand A drücken, Rüssel bewegen. Und dann kam der Text auf, wenn ich grad A gedrückt habe. Mein Gott, warum ... warum ... warum ... mich mit Rüssel bewegen? Ich will meinen Rüssel bewegen! Um Router zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsegel lösen. Ich liebe dieses Spiel. Es ist das beste Spiel. Es ist mit Overwatch das beste Spiel der letzten zehn Jahre. Keine Ahnung, oder mehr. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so geil. Es ist ein gutes Spiel. Die Karte bringt dir so nichts, um dich zu orientieren. Das ist egal. Aber ich weiß nur mindestens, dass jetzt hier ist was. Das Ding ist was. Ja gut, aber das sieht man auch ohne Karte. Ja. Es ist echt ein ziemlich hartes Rätsel. Soll ich mal ne Bombe gegen schmeißen? Schmeiß ne Bombe gegen! Guck mal was passiert. Sogar ne eckige. Nichts. Wow! Weißt du das wirklich nicht? Oh ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Oh ja! Geil! Ja! Ist das schön. Dann bin ich jetzt zu hoch. Was willst du überhaupt machen? Ich will es anhalten und dann gegen kloppen. Ja, aber... Ich kann natürlich auch erstmal probieren, ob es magnetisch ist. Aha! Es ist anscheinend magnetisch, hat mir das Video gesagt. Ähm, ich weiß nicht so genau. Ich mein, es glänzt und es leuchtet, wenn man das Tool benutzt. Ja, es ist doch... Ach man, ich komme immer, wenn ich den Joystick bewege, drück ich den Knopf mit. Aber drück ihn doch einfach nicht mehr. Weißt du, wie oft ich mich im Kampf geduckt habe und deswegen gestorben bin, weil ich dann das Schild runter getan habe? Achso, du hast da in die... Ah, du hast... Okay, so rauf gedrückt auf den Joystick. Ah... Ja... Es ist ätzend. Schrauben, schrauben, schrauben. Ja, das ist auch so... Das ist ein bisschen ungenau, ne? Du kannst einfach loslassen jetzt. Loslassen. Genau. Yay, Knopf drücken! Kontrollstein! Nein! Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Boah! Stell dir mal vor, es gibt jemanden in deinem Leben, der ständig so reden würde. Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf! Link! Oh, da hat er wieder gesagt... Rick, wir müssen heute noch ein Video drehen. Lass uns doch einfach Breath of the Wild spielen. Und das hochladen... Ist das nicht eine tolle Idee? Was passiert hier? Wirst du wahrscheinlich gleich erfahren. Ah! Ah, das ist... Warum ist die Steuerung des Elefants im After? Guck mal, wo ich da bin! Ja, genau, genau! Das ist auch das erste, was ich dachte, ist so toll! Jetzt muss ich zum Arsch der Welt! Haha! Stehst du? Dann kann ich hier wahrscheinlich nicht weiter. Also hier ist jetzt nichts. Ne, sieht nicht so aus, das würde ich hier raus. Ja, guck mal, das ist doch noch... Auf der Karte siehst du, das sind noch drei andere Kontrollpunkte. Oder vier andere Kontrollpunkte. Ja, ich muss ja jetzt erst mal hoch, ne? Mhm. Da geht's raus. Ja, da ist dann noch was wahrscheinlich. Ich bin so pregnant. Der Elefant ist pregnant mit Link. Jaaa. Nein, aber ich mein pregnant im Sinne von aufgeregt. Weißt du, wenn man schwanger ist, dann ist man auch aufgeregt. Deswegen sag ich gerne, ich bin pregnant. Ah, okay. Ja. Das ergibt ein bisschen Sinn. Hallo Gegner! Jetzt greifen... Ja, danke. Warum seh ich jetzt hier zum Beispiel nicht die Leben? Ja, ne, das ist komisch. Manchmal sieht man die manchmal nicht. Vielleicht kann das irgendjemand in den Kommentaren beantworten, der das Spiel schon dreimal durchgespielt hat. Weil es ja so kurz ist. Ey, man kann direkt zum Boss gehen und gewinnen. Jaaa, kann man gewinnen? Äh, ein Pro-Speedrunner hat das geschafft. In zweieinhalb Stunden. Und hat's aber auch nicht auf First Try. Also... Ähm... Wenn man keinen Spaß haben will beim Socken, dann... Da ist ne Tru, du musst die Truhe haben. Ja, das find's nötig. Kann ich... Ich will... Ich will diese Truhe. Ich will, was da drin ist. Ach so, das sprüht da rum. Rick, ich will, was da drin ist in der Truhe. Ja, äh... Ich auch, aber ich werd grad... Kann ich das anhalten und dann höher vergleiten? Ich glaub, das reicht nicht. Wow, das ist eine ganz schön große Menge Wasser, die da oben rauskommt. Kann ich das anhalten? Ah... 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 Ich hätt's nicht gedacht, dass ich das da machen kann. So, jetzt hast du ein Problem. Du hast es an der falschen Stelle angehalten. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Hm. Sieht nicht so gut aus. Nicht ganz. Was? Ich komm mich nicht hoch, oder? Das Lustige ist, ich hab auch, ähm... Ähm... Ich musste wirklich im Internet nachgucken, weil ich halt was falsch verstanden habe mit der Karte von dem Elefanten, ne? Ähm... Musste ich was nachgucken, deswegen hab ich auch gelesen, wie jemand das da gelöst hat, dieses Rätsel. Und es war viel komplizierter, als ich es zum Beispiel gelöst habe. Weil es... Es geht halt viel einfacher als das. Als das? Ja, es geht wesentlich einfacher. Ich muss nur da irgendwie hoch und dann muss ich das doch irgendwie festhalten. Ne, du musst lustigerweise halt gerade nicht da hoch. Das ist ja das Geile. Wie? Ja, es geht halt... Ja, es geht halt wesentlich einfacher. Ich glaub, darauf würde man eigentlich als erstes kommen, aber es sind scheinbar nicht alle als erstes drauf gekommen. Es ist so einfach. Stimmt. Man kann's sich wirklich in dem Spiel auch echt kompliziert machen. Das haben wir auch gesehen, letztens hast du einen Schrein gelöst, den ich ganz anders gemacht habe, weil ich einfach nicht wusste, dass dieses eine Tool so eine weite Reichweite hat. Stimmt, genau. Schnell, halt es an! Schnell, schnell, schnell! Schnell, 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 schnell! Ah nein, zu spät! Jetzt lass es, lass es. Es ist zu spät. Ich hatte auch letztens ein Schrein gelöst, da hab ich einen Schlüssel gefunden und dann hab ich den Schrein ohne Schlüssel gelöst. Also ich musste den Schlüssel nicht benutzen. Dann hab ich da alles abgesucht und wusste nicht, wozu ist denn dieser Schlüssel? Ja, nice! Den Scheiß find ich heiß. So, richtiges Timing. Das war zu full. Dann kann ich doch noch mal direkt neu, oder? Jupp, das sieht gut aus. Wom kommt kein Dicke, 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 Dicke. Vielleicht jetzt? Nö. Link! Noch 3 Kontrollen. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Ey, sie glaubt an mich. Oder lebt sie jetzt noch? Ja, da ist sie aber auch echt alleine mit. Ist sie denn 100 Jahre alt? Ich bin immer noch super pregnant, ne? Ich bin sehr gespannt, ähm... Weil das ist, das ist die Stelle, ähm, an der ich viel zu lange saß. Oh, pass auf, der spuckt mit, mit Monstern um sich. Monster Köpfen, um genau zu sein. Oh, ich wusste gar nicht, dass das Ding fliegen kann. Ich hätte das gerne gelootet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Loot mit sich bringt. Öh, kann man da Bomben reinwerfen? Das hab ich noch nicht ausprobiert. Nein, nein, du musst ihn, lass ihn, lass ihn das verschlucken. Ich möchte, ich möchte, dass er die schluckt, die Bombe. Hä? Ist das funktioniert? Okay. Das war schon. Naja, dann halt so. Ich hab sogar meinen Holzpfeil wiederbekommen. Das ist nett. Mann, Mann, Mann. Diese Monster. So. Ja. Jupp. Äh. Okay, ich kann jetzt hier reinspringen, aber ich bin nicht auf irgendeinem Ding drin. Breathe einfach mal. Stasis-Modul. Fiere die Zeit ein und schieße Dinge hin und her. Mal schauen, ob das funktioniert. Nicht lang genug. Ich versuch dir nichts zu verraten. Aber irgendwann, wenn es zu langweilig wird, muss ich dir einen Tipp geben. Naja, ich schätze mal, ich muss das hier komplett drehen einmal, damit es unterliegt. Aber wie kann ich das drehen? Von da oben kam ich auch nicht woanders hin. Genau. Ist auch toll für alle Leute, die das schon gelöst haben. Und jetzt zu gucken, was vielleicht... Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Wie viele Leute haben das Spiel schon und spielen das? Das würde mich interessieren. Aber... hä? Was soll denn da oben sein? Ist doch alles leer. Jaja, das ist ja quasi das... Du musst jetzt all dein Wissen, was du angesammelt hast, seitdem dieses Dungeon angefangen hat, musst du jetzt umsetzen und da reinpacken. Hä? Da war eine Kurbel, die hab ich gedreht. Ab dann hab ich Sachen kaputt gehauen. Und einmal hab ich nichts angehalten. Ja, und du hast zum Beispiel die Karte bekommen. Ähm... Du könntest dir ja mal zum Beispiel die Karte auch in groß angucken. Ja. Und jetzt alles durchlesen, was da zu sehen ist. Oh! Oh! Er hat gelesen! Du kannst es auf die Position packen, wo du möchtest. Also, geh da hin. Genau. Und jetzt guck mal... genau. Und du hörst es schon. Und guck mal, du siehst es auch auf der Karte. Ah! Ja! Ist das nicht geil? Ich mein, wie geil ist das denn? Guck nach oben! Wie geil! Es ist so... Ah! So geil! Und dann muss ich das jetzt abbrechen dann? Das musst du ganz allein herausfinden. So, aber jetzt hängt das ja so komisch da. Hm, hm, hm. Ob ich es trotzdem bedienen kann? Ich weiß nicht. Kannst du probieren. Es wär jetzt lustig, wenn es geht. Scheinbar nicht. Boah, ich dachte grad, du wärst eingequetscht. Fuck! Ähm, also ich kann dir schon mal sagen, ich habe die Truhe nicht bekommen. Okay. Aber jetzt ist das ja wieder zu. Das war wieder zu doof. Was? Was? Ah, fuck! Bist du reingesprungen oder reicht das von der Zeit aus? Ähm, okay, da du den Trick jetzt weißt, ähm, ich habe es wirklich auf den allerletzten Drücker, auf dem es geht, habe ich es eingefroren. In der Zeit. Ich bin noch weiter von hinten, genau von da. Ähm, und dann reicht es zeitlich gerade so, glaube ich. Er weitert noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt, ja, sehr gut. Jetzt kannst du noch kurz warten. Jetzt geh ran, geh schon mal ran, geh schon mal ran. Ja. Weil jetzt, äh, achso, das ist egal. Du kannst den einfach, genau. Ja, der ist ein bisschen tricky. Es sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch zwei, Rick. Nur noch ein bisschen. So, ich könnte, wenn ich hier so hinkommen würde, dann könnte ich da rüber. Aber so, macht das ja keinen Sinn. Aber du kommst doch da hin. Wie hin? Das sag ich dir nicht, das müsstest du eigentlich wissen. Hä? Also, ich will ja nicht sagen, dass du quasi in dem Spiel fliegen kannst. Aber du kannst quasi in dem Spiel fliegen. Ja, aber ich kann ja nicht hochfliegen. Nein. Aber da ist ein großes Zahnrad, was sich dreht. Okay. Wahoo! Wahoo! Wann immer diese Gegner hier? Oh, der hat ein Speer! Pass auf, der sticht dich! Nein! Hö, der hat keine Arme mehr? Ah doch! Nimm die Federn, nimm das Wind-Ding da! Ja, töte ihn damit! Oh oh! Kannst du nicht angreifen damit? Oh nö! Oh, cool, ne Wächter-Axt! Tötting mit ner Holzkelle! Geil! Die Holzkelle zerbricht gleich! Die Holzkelle! So, da brauche ich irgendwas zum draufstehen. Oder ist es einmalig? Ist wahrscheinlich das einmalig, oder? Ja, es ist einmalig. Das ist einfach nur, falls du zurück willst. Immer die guten alten Abkürzungen. Mhm, schön ist in der Türchen. Das ist der Klasse, das haben sie übernommen. Das haben sie einfach übernommen. Kletterboy kann da nicht klettern! Ich dachte, weil es irgendwie so... Ja, leider kann man in den Dungeons sehr wenig klettern. Da sieht es aus, als wäre da... Da könnte man dann wieder hinkommen, aber... Ich hab Angst, dass ich dann da wieder festhängen würde. Aber wo ist denn jetzt der nächste Punkt gerade? Ich schätze mal, ich muss jetzt hier rein. Ah, okay. Und dann... Oh, das ist schon vorletzte! Ja, ja! Easy! Nein, du hast den ganzen Ausdauer verbraucht. Das ist so langsam. Erzähl mir manchmal. Ist aber kein Pro. Die Holzkelle! Das, muss ich sagen, ist auch wieder so eine Feinheit. Wo ich... Als ich es rausgefunden habe, dachte ich mir einfach so... Wow! Das ist schlau! Diese Game-Designer sind einfach brutal gute Schweine. Ich weiß es. Ja, er weiß es! Das ist einfach... Ja! Guckt euch das an auf der Karte. Das ist einfach mega geniales Game-Design. Oh... Hübs! 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 mir so ein Boss. Ist ja fast soweit, ja. Guck mal, da ist doch der nächste Landeplattform. Achso, zu Ganon, ja. Es ist so schlimm, ruhig sein zu müssen. Ähm, Gott, das muss ich ja wahrscheinlich. Oh, ist das überhaupt nicht mein Ding, ist ja voll hoch und so. Die Höhen schlankst, genau, die Höhen schlankst. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, dein Stückchen. Ich würde dir empfehlen, runter zu springen. Yay, Sicherheit. Guck mal, da könnt ihr überall hin, überall könnt ihr dahin laufen, alles was ihr seht. Man kann da überall hinlaufen, es ist so krank. Außer in den Ozeanen, da stirbt man immer, glaub ich. Ja, stimmt, also das sind die natürlichen Weltenränder. Ah ja, okay, ich muss nicht ganz komplett machen. Ja, das ist ganz angenehm. So, dann ist ja jetzt noch einer, der war gerade im Kopf. Mhm. Und ich wette, ich kann jetzt nicht von hier aus einbauen. Da ist ein Loch. Aber warte, warte, bevor du da dieses Loch hinkommst, guck nochmal ein bisschen dich um. Also nicht unbedingt in die Richtung. Und auch nicht in die Richtung. Hä? Sondern in die Richtung, genau. So, guck doch erstmal so. Vielleicht zoomen, ran oder so. Oh. Oh, da sind wir ein bisschen, die Frames droppen gerade durch das ganze Wasser. Du hast das Auge, das kann ich ja von der anderen Seite dann abschießen, oder? Das kannst du von der anderen Seite machen, ich hab's von da oben gemacht. Einfach, weil ich's kann. Augelein. Oh, ich hab nicht mehr so viele Pfeile. Oh, ja. Oh, oh. Ha! Perfect Chart. Du bist voll der Hanzo-Mane, ey. Ja, man. Oh. Eispfeile. Brauch ich die hier? Ich wette, sie sind nützlich. So, ach ja, genau. Hier ist nichts. Oh. Oh. Jetzt muss ich... Darf ich wahrscheinlich nicht vom Wasser erwischen, also. Ich glaub, das ist sogar egal. Wollen wir nichts riskieren, ich will nicht mal. Ein Loch! Okay, jetzt bin ich hier oben. Ah. Mucho harte Rätsel. Letzter Pfeil. Oh, der letzte Pfeil. Oh Gott. Vielleicht solltest du nochmal welche holen gehen. Ich hab ja noch Special Pfeile. Ach so, na dann. Ganz viele werd ich alle aufbrauchen. Ich bin eh Witch. Ich hab immerhin 120 Rubine. Boah, nice. Ich hab nur 5000. Aber ich hab auch ein Haus. Oh ne, ich hab jetzt wenige. Stimmt. Aber ich hab jetzt weniger Rubine, weil, äh, ich hab mir die Orni-Rüstung geholt. Und, äh, damit kann man sehr kalte Kältigkeiten aushalten. Ah. Ich hab nur den warmen Winterwamps. Ja, der kann ja nichts, kann der. Ja, aber das ist schon ein Anfang, ne? Ja, das ist schon ein Anfang. So, ich hab jetzt irgendwas gedreht. Äh, ich weiß gar nicht wozu. Ob ich das jetzt schlimmer gemacht habe. Okay. Irgendwie... Ach doch, ähm, das stimmt. Du drehst dieses Ding und siehst erstmal nicht, was du gemacht hast. Aber, ähm, du hast auf jeden Fall was gemacht. Stimmt. Ähm. Da ist Feuer und das muss leider aus, sonst kommst du da nicht ran. Ja, aber es ist hier hinten und drunter. Ah, da ist ein Loch. Ja. Das hast du gerade aufgemacht. Das sieht man halt aus der Perspektive nicht. Welcher Perspektive ist das eingestellt? Hä? Okay. Nee, du hast... Ja. Also, wenn du da oben drauf bist und das drehst, siehst du nicht, dass über dir was aufgeht. Lustigerweise. Aber so funktioniert das. Okay. So, wo ist jetzt das Wasser? Es muss genau an der richtigen Stelle sein. Scheinbar. Reicht das? Ja! Ich war einen daneben. Dicke-dicke-dicke-dicke. Yay! Oh, ja, komm mal. Ein bisschen später tun gerade. Ich liebe diese Melodie. Sie ist so Melodei. Melodeöl. Er hat angefangen kurz auf, abzuspritzen. Ey, du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Du musst nur noch die Steuerungseinheit im Anus des Elefanten aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf der Karte an seinem Anus. Steck da dein Schwert rein. Tief rein. Und vergiss nicht, dass du den Chica-Stein noch da einmal drüber lecken musst. Danach musst du einmal schön abwischen. Entschuldigung. Oder ist es Abkürzung? Abkürzung. Ja, ja, geht nicht. Na, kannst du dir schon denken, was jetzt passiert? Irgendwas wird aktiviert. Ach, das Ding wird wahrscheinlich lebendig oder sowas. Diese Quattro-Tilte. Oh, ich freu mich. Ich freu mich. Ach, ja, ja, aber immerhin, ich hab Essen. Du hast Essen dabei, das ist gut. Wir haben vorher gekocht, das ist schön. Ja, ich hab ganz viele Maxi-Rüben gekocht. Nice. Ja, das Problem ist ja, dass Ganon doch diese ganzen Dinger verflucht hat. Mit diesen bösen Flüchen. Und die deswegen so am Rad drehen, die Titanen. Und das Ding, was da gleich erscheint, das ist nicht freundlich. Das ist ganz und gar nicht freundlich. Okay. Er hat eine Hand. Er hat ein Auge. Gavons Wasserfluch. Peiniger des Titanen. Gavarota. Der hat nur ein Bein, glaub ich, kann das sein? Sei vorsichtig. Nein, nicht mal. Er hat ein tropfendes Bein. Vor 100 Jahren hat es mich ... Oh nein. Vor 100 Jahren ist sie gestorben. Ach, sie ist schon tot. Ich dachte, sie rette sie jetzt. Aber Zelda kann auch noch sprechen über Distanzen. Ich weiß, du wirst siegen. Rick, ich glaub an dich. Du wirst es schaffen beim zweiten Mal. Sonst bin ich ein bisschen böse, wenn du es beim ersten Mal gleich schaffst. Achte auf seine Lanze. Achte auf seine Lanze. Mann, dieses Spiel ist so zweideutig. Oh. Er hat keine Pfeile mehr. Oh ja, du hast extra Eis-Pfeile bekommen. Nutze sie. Oh. Wenn du ihn anvisierst, kannst du, glaub ich, besser ausreichen. Ja, schön auf den Kopf. Oh-oh. Uuuuh. Isst was. Das ist immer so nervig, dass man jedes Mal, wenn man getroffen wird, essen muss. Oh, du hast ja noch eine Wiederbelegung. Aber ich esse den. Warme Milch. Das reicht nicht. Aber mach doch eins mit, wo du mehr Stärke oder so was hast. Was ist das? Was ist das, was verpixelt? Dubiose Matsch. Ja, das Essen hat nicht so funktioniert. Wie geil ist denn das, dass es verpixelt ist? Oh nein, du hast die Fressanimation weggemacht. Das ist das Geilste in dem Spiel. Oh. Ich hätte auch einfach mal mit ein bisschen mehr Proviant in den Kampf gehen sollen, als ich den gemacht habe das erste Mal. Oh-oh. 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 Ist er mitgetroffen? Oh-oh. 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 ja immer schön aus der ferne aber es lustig weil ich habe ihn irgendwie ich konnte ihn irgendwie so kurz ja das da genommen ich konnte ihn so auch fertig machen schneller ja gib ihm willkommen in phase 2 okay die ist kann ich mir jetzt nicht mehr abschießen ja schon nicht mehr viel platz weil jetzt achte gucken auf ihn bitte guck auf ihn du weißt du was du machen woher weißt du das dass das wusste ich nicht ich wollte mir wenn dich ein so ein teil trifft alter bin ich tot aber so gut wie das hat mir das ist auch scheiße weil jetzt bist du dann im wasser und kannst trotzdem getroffen werden ich habe glaube ich mehr angst als du angst hast scheiße schaffst du jetzt einfach beim ersten mal das ist doch gemein blitzpfeile gegen wasser bei mir kam der mit fünf von so einem ding an was soll denn das warum ist es bei dir so einfach ich hoffe er kriegt noch eine phase ich will nicht dass du es jetzt schafft ja 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 es bin ich bin ein bisschen wirklich gespannt was ich hatte einfach zu wenig proviant das noch nicht geschafft ne was ach so und ich habe also ich habe seitdem ich habe nicht noch mal gemacht weil ich erst mal herzen gesammelt habe und dann habe ich mich verloren in so vielen tollen sachen die man sonst noch machen kann ja genau und ich werde ihn aber lecker explodiert gleich so der tritt nicht einfach ab der explodiert und now the story unfolds ein herz konnte ja das ist aber das ist doch ein klassiker oder dass du ja klar aber ich dachte jetzt so wenn es nur vier sind wie wenn es nur vier sind vier dungeons ach so ja gut vielleicht kriegst du ja auch zwei damit mit einem herzcontainer ja das ist einer aber mein tag schon sieben herzen jetzt ja was ist das das ist eine waffe drin ja mehr gibt er nicht er hat nicht meine waffe die er die gibt ja du hast ja alles warst du nicht ein wundervoller spaß ich liebe dieses spiel das ist so schlimm wenn ihr noch mehr komplett lösungen von uns haben wollt dann leisten wir 50.000 likes da ja das schaffen wir auf diesem kanal bestimmt 50.000 likes locker ohne probleme